benutze ja eine münze benutze benutze cash card mit schlitz eine münze wechsel zu leslie leslie lauf ich hoffe das haut mit den sauerstofftanks und so weiterhin benutze münzen mit bahn also muss sie benutzen um reinzukommen okay melissa benutze münzen mit bahn wechsel zu zack schnell benutze bahn mit viel zu vielen gegenständen münzen okay alle drei sind drin glaube ich hoffe ich denke ich das ist ganz schön hektisch für so ein altes spiel okay alle drei du gehst die pyramide du geh rein du wartest hier was passiert wenn jetzt er die taschenlampe an hat und wir wechseln jetzt zu melissa und dingens sehen die dann die stelle wo zack hin leuchtet also bevor wir gewechselt haben muss für interessant aber ich denke nicht du wechsel zu leslie du gehst da rein auch wenn ich wirklich weiß ob wir alle drei hier brauchen aber sicher ist sicher geh zu durchgang wechsel zu melissa geh zu durchgang so hier sind jetzt irgendwo füße da vor ihr wechsel zu zack zack muss da jetzt rein muss ich aber benutze schalt ein feuerzeug das dürfte eigentlich nicht gehen weil die atmosphäre zu gering ist zählschlüssel schalt ein feuerzeug da ist keine luft das ist so nicht ganz richtig ist nur viel 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 zu dünn wechsel zu melissa drück sarkophag füße wechsel zu zack wechsel zu zack geh rein da sarkophag füße wechsel zu zack wechsel zu zack wechsel zu melissa du hast den rekord wechsel zu zack 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 kasten kasten Benutze Kasten mit... Ah, Schlüssel. Kleiner Schlüssel? Nee, das ist unser Briefkastenschlüssel. Blauer Kristall, goldener Schlüssel. Ja. Drück Knopf. Danke. Das war ein ganz schön nerviges... Was? Okay. Wechsle zu Leslie. Leslie, drück Sarkophagfüße. Wechsle zu Melissa, lauf. Hallo. Wechsle zu Leslie. Warte auf komisches Crunch-Geräusch. Dann wechseln wir zu Melissa. Melissa geht zum Knopf, drückt den Knopf, Zack nimmt den weißen Kristall und dann portet er sich weg und die Mädels dürfen zum Bus. Crunch-Geräusch. Könnt ihr irgendwelche Taschenlampen an eure doofen Helme rantackern oder so, bevor ihr in den komischen Van steigt und zum Mars fliegt? Das wäre echt praktisch gewesen. Oder zwei Taschenlampen mitnehmen? Ich weiß, das ist ein sehr kapitalistischer Gedanke, mehr zu kaufen, als man braucht. Und ihr seid ein bisschen hippiemäßig drauf, aber zwei Taschenlampen wären echt super gewesen. Wechsle zu, Zack. Nee, ist immer noch dicht. Wechsle zu Leslie. Achso, sie muss nur von den Füßen weggehen. Wechsle zu. Nicht Annie. Wechsle zu. Melissa. Melissa. Drück. Knopf. Wechsle zu Zack. Nimm. Weißer Kristall. Aha! Nimm das und dies und jenes. Wechsle zu Melissa. Melissa geht da hin. Wechsle zu Zack. Benutze gelber Kristall. Stopp. Brauchen die Mädels noch irgendwas von Zack? Nö. Sie müssten jeweils noch eine Münze haben. Damit können sie zurück zu ihrem Raumbus und damit zurück nach Hause fliegen. Richtig? Richtig. Und ich klaue eure Taschenlampe. Das ist mir vollkommen egal. Bei sonst geht es mal sch... Kiptische Pyramide. Bye, bye. So, nimm ab. Sushi Glas. Nimm ab. Sauerstofftank. Nimm ab. Viel zu enger Taucheranzug, mit dem wir schon zu viel unternommen haben. So. Wechsle zu. Annie. Annie, geh rein. Da hoch. Da lang. Gibt es hier auch Sarkophagfüße? Ne. Treppe. Da. Stell dich an den Schalter. Wechsle zu Melissa. Melissa. Hier müssen die Sarkophagfüße gewesen sein. Was ist? Ne, du bist nach oben. Leslie war unten. Genau. Drücke. Sarkophagfüße da. Hatsahölle. Da. Drück Sarkophagfüße. Wechsle zu. Wechsle zu Melissa. Geh zur Treppe. Nein. Die ist auf der falschen Seite der Treppen. Wechsle zu Leslie. Geh weg von den Füßen. Wechsle zu Melissa. Geh auf die andere Seite. Wechsle zu Leslie. Drück. Sarkophagfüße. Melissa. Treppe. So. Raus hier. Raus. 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 Raus hier. Tür. Wand. Links war der Ausgang. ich hoffe ich mache das richtig jetzt aber ich glaube wir sind hier soweit durch bahn wechselt zu leslie leslie muss erst mal rechts raus ja genau dann links aus so da lang benutze münze mit bahn wechsel zu wechsel zu falsch wechsel zu leslie benutzt was melissa benutze münze mit bahn ok lease cash card 400 dollar also falls wir doch noch mal zurück müssten könnten wir das machen sie kann auch vier münzen kaufen die verteilen wir auf die beiden ladies und dann ist gut ab zum raumboss helm abnehmen und dann ist gut dann könnt ihr euch entspannen diese komische musik hören alles ist gut öffne raumboss geh zu raumboss wechselt zu da da müssen wir die helme abnehmen sie nicht ersticken und dann können wir zeck darum probieren mit der maschine da schließe tür die helme abgenommen wechsel zu zeck ok benutze gelber kristall mit leuchtendes ding ne benutze gelber kristall mit candelabra benutze weißer kristall mit kristallabra benutze blauer kristall mit kristallabra und das ist die maschine aus unserem traum das heißt du benutzt schalter benutzt schalter klick wechsel zu any benutze schalter was passiert denn jetzt jetzt ist alles schief gelaufen bis bald ja herzlichen glückwunsch du hast die erde gerettet und die geilste auto musik aller zeiten grins kommt noch was jetzt scheint irgendwie nichts mehr zu kommen das ist sehr komisch aber na gut also mir hat es auf jeden fall tierisch gefallen ich will nicht wissen wie schwer das ist hätte ich gar nichts gewusst also mir fielen ja ein paar stellen von ganz früher noch ein auch wenn das zichtiger zehnte her ist das heißt an manchen stellen wusste ich einfach noch was ich machen musste wenn dem nicht so gewesen wäre würde das ganze let's play wesentlich länger dauern denke ich aber es ist trotzdem sehr unterhaltsam weil es gibt zwar sehr viele sackgassen das ist keine frage aber man macht jede sackgasse nur einmal dann weiß man man lädt einfach neu und geht dann von der stelle aus nicht in die sackgasse und so hat man irgendwann alle sackgassen durch und schafft das spiel dann durch weil das spiel an sich ist nicht so lang das heißt selbst wenn man immer wieder neu anfangen muss es ist nur eine frage der zeit bis man es dann schafft und es ist einfach nur eine abgefahrene story und macht richtig spaß ich hoffe euch hat es auch gefallen und ich lass jetzt das outro noch eine weile so durchlaufen in der hoffnung dass irgendwas kommt weil eigentlich dachte ich da käme noch was so eine art abspann oder so aber na gut ten auf bald dass wir das auch damit nicht vorstellen weil wir sind die 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020